Moi, ist das schön hier alleine in Kosselstone zu sein. Auf meinem schönen Nord-Kosselstone-Hall ohne die blöden Materialien. Hehehe, wusste ich eigentlich enttäuschlich. Ah ja, natürlich enttäuschlich. Oioioi. Ah, seit wir diese neuen schallisolierten Fenster eingebaut haben, hat man überhaupt nicht was draußen vor sich geht. Überhaupt, die Luft ist etwas dickig, wenn man das Fenster aufmacht. Na nun! Du meine Güte! Oh, da kommt ein Rauschel auf Kosselstone zugeflogen! Oh, das steht ins Auge! Oh, da hinten! Ich muss gleich singen! Yeah! Pau! Wow! Yeah! Wow! Wow! Is das? Ja! Ist das alles? Nö, da würde noch wow kommen, aber erst nach drei Minuten. Sozusagen als krönender Höhepunkt. Toll, nicht? Welch ein anspruchsvoller Text. Ja, viel zu anspruchsvoll für dich. Du verstehst ihn natürlich mal wieder nicht. Nö. Er drückt so ziemlich an der sozialen Ungerechtigkeit und soziales Niederniveau aus, Diktaturen aus, wie zum Beispiel Alexandrien. Mit ein bisschen Fantasie vielleicht, ja. Ja, ja, mit ein ganz klitzeklein bisschen Fantasie sogar. Also, das fand ich wirklich etwas... Etwas dürftig, das Ganze. Macht mir nix, wenn es dir nicht gefällt. Du hast sowieso keine Ahnung. Immerhin, das Instrumental ist ja nicht schlecht. Ja! Du hast eine komische Stimme da drauf. Apropos Instrumental, stimmt das eigentlich, dass du mal in der Firma einige Toningenieure und Musikmacher abgekauft hast, abspinstig gemacht hast? Ja, sicherlich. Wenn du deine Aufnahme fertig hast, kommt ja meine Aufnahme, dann hörst du mal, was für hübsche Instrumentals sie mir zuschicken können. Nö, nö, da warte ich nicht. Wo hattet jetzt meine Aufnahme, Lieben? Und du schließt nur das 1, 2, das möcht ich mal gerne hören, ja? Jedem Ausweichen, der dich bedroht, jedem beschließt, der dich bedroht. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich anfangen zu singen, ich höre bitte mit deinem Hör auf, ja? Ja. Hör. Na, was denn? Ich verpass den 1 Satz. Nein, langsam geht das nicht, ne? Mist! Ich bin 1 Satz kriegst du. Don't you know that's true? Yes, I know that is. Mist! Was denn? Oh, wieder hört man's. Aber ich würde sagen, der Text ist ja das zu kompliziert. Stimmt, aber ich verpass ihn ja auch ständig. Beides nicht. Mach damit. Aber das ist genau mein Stil. Nein, Moment, ja, ich weiß, ich habe auch deine Ingenieure. Aber Moment, lass doch ein Stückchen weiter, da kommt doch erst ein hübscher Text. Ja, und die Leiche? Ich bin 1 Satz, aber Moment, Moment, jetzt muss ich gleich losgehen. Oh, da geht's los. Oh, Moment, ich habe den Text hier vergessen. Nein! Wo ist der Text? Du, ein Schrock! Sabotage! Natürlich, wo hast du den Text hin geknackt? Oh, da habe ich mein Butterwort eingefüttelt. Hupf! Hier, das ist doch ein bisschen schwierig, aber du kannst doch benutzten. Ih, da schreien es ja. Dann trägst du es los, schreien. Ach, was soll ich denn? Oh, ich kompliziere ich einfach. Oh, mach was. Ähm, ähm, ähm. Mach auf, mach auf. Nö, das ist zu kompliziert. Wir werden immer raffinierter. Hm, ich könnte es ja vielleicht mit einem Rap versuchen. Oh ja. Warte ich nur auf welcher Sprache. Hm. Und, das war die Sensation in Alexandrien von 0 auf 1, ähm, ähm, Rüsseler Greenbaum mit, äh, Yeah. Yeah! 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 Yeah, yeah. Wow! Yeah! Wow! Ah, nee! Nichts mehr rein in Snuff, das ist doch Mord! Puh, hier in Kassel ist wohl auch ne ganze Menge los. Kann man schon froh sein, wenn man hier in Sicherheit gerät. Und alles nur, weil ich mein Amulett hier vergessen hab, um was ich jetzt holen muss. Naja, erstmal muss ich Friedrich finden. Friedrich! Friedrich! Steck mir in dieser Kerl. Friedrich! Also Friedrich, wo bist du? Ich hab keine Zeit zum Versteckspielen. Na ja, suche ich einfach mein Amulett. Das müsste hier irgendwo sein. Wo ist denn das Amulett schon wieder? Friedrich! Du fängst mein Amulett wieder! Ich dachte hier in der Dose. Der Wissbott hat's wohl versteckt. Aber ich finde alles. Friedrich! Friedrich! Wo bist du denn jetzt? Friedrich! 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 Friedrich!